Hi Leute, hier ist wieder der ÜEI Kanal. Mein Name ist Gona und gemeinsam mit euch und George von Peppa Pig möchte ich drei super tolle Überraschungseier heute auspacken. Wir haben ein Kinder Joy, ein Spongebob Überraschungsei und ein Disney Cars Überraschungsei. Und am meisten interessiert mich, was wohl in dem Spongebob Überraschungsei ist. Deswegen machen wir das jetzt auch als erstes auf. Interessant finde ich auch immer die Schokolade. Hier ist es weiße und braune Schokolade. Anders als bei den Kinderüberraschungseiern. Und, hey, sieht aus wie ein kleiner Anhänger mit Spongebob drauf. Ja, so einen kleinen Anhänger kann man sich zum Beispiel an den Rucksack machen oder an den Schlüssel anhängen. Schauen wir mal, was wir hätten noch bekommen können. Ja, es gibt jede Menge Figuren und Anhänger und wir haben einen der Anhänger. Aber wer regelmäßig diese Videos von mir schaut, weiß genau, dass ich auch schon verschiedene Figuren von Spongebob in solchen Überraschungseiern gefunden habe. Okay, ich glaube George möchte, dass wir als nächstes das Kinder Joy öffnen. Gut, ich glaube die Schokolade packen wir jetzt einfach direkt zur Seite und gehen unmittelbar zu dem Spielzeug über. Ja, denn das ist ja das, was uns jetzt interessiert. Und? Hey, ich glaube sowas haben wir auch schon einmal gehabt. Ich denke, das ist eine kleine Wasserpistole. Ja, definitiv eine Wasserpistole. Man kann sie sozusagen an das Wasser stecken und hinten an den gelben Hebel ziehen. Und dann kommt Wasser rein. Und dann kann man sozusagen auf den gelben Hebel wieder drauf drücken. Und das Wasser kommt vorn rausgespritzt. Ein witziges Spielzeug, gerade für den Sommer. Im Winter vielleicht nicht so gut zu gebrauchen. Okay, werfen wir das jetzt einfach mal in die Wiese. Und? Ja, wir haben noch ein Disney Cars Überraschungsei. Wer von euch hat denn die Disney Cars Filme gesehen? Und was denkt ihr darüber? Hat es euch gefallen? Dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wer den Film kennt. Und in der Zwischenzeit werde ich das Disney Cars Überraschungsei öffnen. Okay, George, du bist auch schon gespannt. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass ihr zu Hause auch schon gespannt seid, was hier drin ist. Und? Okay, erstmal einen Überblick verschaffen. Natürlich Süßigkeiten. Traubenzucker in Form von kleinen Autos. Das ist ja witzig. Okay. Witzige Süßigkeiten. Und? Was haben wir hier? Einen Aufkleber. Genau, ein Disney Cars Aufkleber. Und natürlich ein kleines Spielzeug. Schneiden wir doch erstmal die kleine Tüte auf. Genau, das sieht so aus wie so ein Gerät, mit dem man so kleine Disks, so kleine Scheiben schießen kann. Ja, ich kann mich erinnern, dieses Spielzeug hatten wir schon mal in einem anderen Video und da hat das nicht richtig funktioniert. Vielleicht habt ihr dieses Video von mir ja auch gesehen. Und ich glaube, ja, auch diesmal funktioniert das nicht richtig. Aber immerhin haben wir einen Spongebob Anhänger und eine kleine Wasserpistole aus den Kinderjoy. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den UI-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Gunnar und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier auspacken. Bis dahin, tschüss!